Ich glaube, der holt sich Eis aus der Schüssel oder isst Eis aus der Schüssel? Der holt sich die ganze Schüssel. Ja, jetzt ist so ein Liter-Pot-Eis. Liter-Pot-Eis. Äh, hallo und herzlich willkommen zu Golfit. Bitte zu allen dreien. Hey, du Arsch, du hast nicht weggeschubst. Hast du die Kulischen an jetzt? Ja. Nice. Ja, hi. Ich dachte, ich hätte es bei der letzten auch, aber da habe ich es wohl anscheinend vergessen. Ach, stimmt, man kann ja wieder... Ich warte die ganze Zeit auf, dass ich will. Die auch, die ganze Zeit, ich so... Wann werde ich denn zurückgesetzt, Alter? Wir haben gerade die schwere Map gespielt, deswegen... Noch voll getriggert. Ach, hast du das gesehen? Voll drüber gehopst. Und jetzt leckst du bei mir am Boden. Okay. Hä? Hm? Finish these holes, once you finish your hole. Das ist cool. Was? Hm. Achso, hier sind ganz viele. Guckt euch mal um. Müssen wir alle Löcher jetzt von dem Startpunkt aus schaffen. Ah. Okay. Das sieht wie nice. Ja, aber man muss sich die ganze Scheiße merken, Alter. Wo zum Fick bin ich denn hier schon gelandet wieder, Alter? Junge, ne? Okay. Das war schon mal gut. Jetzt muss ich warten, bis ihr ein Loch fertig habt. Das kann ich mir echt zugucken, aber... Ja, so ein Sau auch immer. Alter, Maul. Ich hab schon wieder hier irgendwie den Arsch der Welt gefunden. Den Arsch der Welt. Den anderen Arsch der Welt. Alter, wo bist du, Leon? Oh, ich will ja nicht schlafen. Wie bist du da hingekommen? Äh. Ja, ich bin... Ich wollte eigentlich auf ein anderes Ziel gehen, aber ich bin durch so eine kleine Bodenklappe gefallen. The fuck, wo... Natürlich. Was, die hängt irgendwie bei mir im Wasser? Was ist denn? Okay, das ist neu. Nö, ich bin gerade ins... Auch in den... Hä? Du schlägst bei mir im Wasser. Ja, cool, ne? Hallo. Hi. Einfach vom Start direkt links, ne? Wartet ihr da schon? Nö, das hebe ich mal auf. Ah, boah, Alter. Die Kante. Ich will Leon ja ein bisschen Eis essen lassen. Das finde ich ganz spannend, Alter. Ja, genau. In dem war ich noch nicht. Warst du da, Basti? Ja, da war ich gerade. Ah, okay. Ich war dem hier in der Mitte. Hm. Hey, bei dem hier warst du nicht, oder? Doch, das... In dem Wasser ist noch eins. Ja, in dem Wasser war ich gerade schon. Ach, Alter. Ach, Alter. Oh ja, stimmt. Okay. Ähm. Oh. Fuck off. Das ist ja hinter uns ist weg. Mann! Hey, jetzt ist da eine Klappe. Das ist halt noch eins drunter, ne? Ja, hier ist eine Klappe, Alter. Warte, wenn einer... Hier ist halt hier keine. Echt? Bei mir ist da jetzt eine Klappe. Hm. Vielleicht, wenn du es einmal geschafft hast, verändert sich die Karte. Für die Person. Erst mal, erst mal jetzt den... Den hier holen. Das heißt, also wir können... Ach, also dann können wir in das Gleiche. Es verschwindet dann nur jeweils für die... Ah. Es verschwindet nur für die Person dann. Ja. Also wir müssen jedes schaffen, aber... Ach komm, also da eht man doch jetzt noch ein paar Zentimeter weitergekommt, oder? Das ist ja richtig nice. Das war schon... Das war schon krass. Wir sind nur da hingekommen. Ach, von dir aus. Dann kommt noch rechts. Ja, mach ich... Mach ich mal auch, ne? Alter. Zack. Boah. Oh, Leon. Das ist ne coole Map, Alter. Hm. Ach, das war überhaupt nicht weit genug. Scheiße, das war viel zu weit. Alter, was denn los hier? Nein, ich bin durch die Bodentappe gefallen. Boah, geil, Alter. Ja, da wollen ich vorhin. Ja, ja. Da kannst du auch lang. Ja, cool, Alter. Oh, Leil. Muss Basti, glaub ich, auch noch hin. Ja. Aber ich hab oben noch das letzte geholt. Ups, das war nicht fest genug. Komm, 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 komm. Ach. Ich bleib so oft einfach direkt davor liegen. Okay. Wollen wir gucken, dass wir mal das gleiche machen oder machen wir einfach random? Ey, das ist jetzt viel zu spät, Alter. Äh, jetzt nicht anfangen, die gleichen zu machen. Hä, würden wir locker hinkriegen. Die meisten, die wir bis jetzt gemacht haben, sind gleich. Ich hab ein paar im See nicht oder so. Direkt unter uns ist eins, wenn man nach hinten, ähm, da wo diese komischen Kamine sind. Kamine? Was für Kamine? Vom Spawners, wenn du auf das Schild guckst, rechts. Das guck ich mir gleich an. Das kannst du gleich zeigen. Da muss ich auch noch hinkriegen. Da wartet ja jetzt alle drei. Äh, alle beide. Ach, da ist ja noch ein Fahrstuhl, ne? Ja. Bei mir ist da einfach kein Boden mehr. Okay, wo meintest du jetzt ist noch eins, Plasti? Wenn du, ähm, von hier aus schräg nach rechts, da sind ja diese zwei Kamine. Ja. Wenn du da in der Ecke nur gar nicht leicht, ganz leicht runterspringst, dann bist du direkt bei einem Dings. Oh, oh, scheiße. Ja, ich sehe es. Ich weiß aber nicht, ob du da so hinkommst. Doch, ich bin da auch so hingekommen. Da gibt's ein... Ey! Du, du hast mit dir reingeschlägt, reingeschlägt. Ja, ich hab dich, Bruder. Na, Basti benutzt den geilen Fahrstuhl. Der Fahrstuhl. Ja, cool. Wo muss ich jetzt hin? Ähm, rechts. Da, hinter den Kamin. Dann bestimmt hin, oder? Da ist so eine riesige Fläche, wo du hinschlagen kannst. Fässer. Das war nicht weit genug. Ja. Das war nicht weit genug. Da unten ist halt auch noch eins. Jetzt mach doch das da hinten. Ja, halt. Ich schaff's gerade nicht so weit. Gib da Pillen für, Basti. Ha! Zum größer werden. Ja, locker. Wachstums-Hormone. Das neckt man nicht so. Ich versuche mir, für der Teleporter... Ist schon jemand in den Teleporter hinter uns gegangen? Ja. Da kommst du auf eine Eiswelt. Ha! Ich versuche erstmal, das da hinten zu holen. Danke fürs Weiterschlagen, oder was war das, Alter? Hä? Ach, da sind Speedboost-Dinge. Ach. Okay. Boah. Alles fällt leider. Ach, Junge. Scheiße, das war nicht fest genug. Ah, nein. Ich hab da hinten einen entfernten Song von Treffen gehört. Ich bin drin. Ich auch. Niklas auch fast. Das Eis hat mich hungrig gemacht. Alter, wo sind denn noch die ganzen... Also Folge, esse ich glaube ich erstmal was. Ich warte jetzt erstmal auf den Teleporter. Ja, es gibt zwei Maps dieser Art. Also es gibt zwei von... Ich hab vergessen, wie der Map... Ach, du hast... Es gibt auf jeden Fall zwei von diesen Maps. Ist Papa Döner? Ja, Papa Döner. Genau, so hieß es ja. Ha! Come on! Hast du schon diesen Weitenschlag gemacht, Leon? Ja. Mit dem Fahrstuhl? Okay. Ach, mit dem Fahrstuhl? Nee, ich hab den gemacht, den Basti vorhin gemacht hat. Ach, nee. Äh, ja. Mit dem Fahrstuhl. Nee, doch. Ja, ja, doch. Mit dem Fahrstuhl. Ich hab kurz vergessen, dass der Fahrstuhl am Anfang war. Alter, aber durch den Teleporter... Also dieser... Ey! Na! Ach, Mann! Ich hab den Fahrstuhl geschlangen! Dankeschön! Gibt's hier mehrere Löcher? Ja. Eins ist noch da bei dem Wagen. In dem Wagen drin? Ja, also du musst in den Wagen treffen. Ich weiß nicht, ob man da auch anders hinkommt. Naja, aber sonst bist du ja jetzt voll geliefert, oder? In dem warst du doch jetzt schon. Meine Hoffnung ist halt... Oh, da kann sie doch... Das ist jetzt ziemlich scheiße, wie du liest. Was macht Basti? Basti ist am Start. Was machst du? Ich will hier rüber und das eine letzte Ding noch kriegen, aber ich sputsche immer. Nein, 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 nicht auf die Fläche näher. Ich guck mal noch bei Leon. Ich weiß nicht, ob du... Wie soll ich denn da jetzt nach hinten kommen? Ich weiß nicht. Vielleicht soll ich wieder hochschlagen. Ich glaub, du hast dich... Deine... Ziemischlechte Lage gebracht. Ja, moin! Ich bin einfach... Oh, lol. Was? Du bist doch untergefallen? Du bist doch nicht direkt ins Dings. Das ist doch nicht mehr für mich. Achso, oh. Pfft, ne? Hä? Was? Da hat das Spiel gar kein Vertrag mit. Das ist doch ab durch den Boden mit dir. Ach Junge, ey. Du fliegst halt nach vorne und nicht nach hinten. Ja, ich glaub nicht, dass man das schafft. Aber ist irgendwie... Das ist jetzt ein bisschen kacke. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob in dem Wagen überhaupt wirklich hier ist. Ach. Ja, doch, wenn du da reinfällst. Also, es ist einfach nur schwarz. Hier ist nichts drin, ne? Oh, achso, du wirst da durchgetragen. Na, jetzt seh ich's. Da kommst du aber auch nirgendwo anders... nirgendwie anders hin. Oh, bleib mal ihn jetzt hier. Oh, bleib mal ihn jetzt hier. Ich bin jetzt erstmal die ganze Zeit gefangen. Oh. Ach. Noch einen Schlag. Ah, einen Schlag hab ich noch. Pfff, nein. Hä, da kommst du doch nur wieder zurück zum Portal. Nein. Ich muss auf die andere Seite davon. Zu dem Wagen. Oh, Junge ist der Schlag kacke. Den versuch ich erstmal nicht nochmal. Ich hab ja jetzt... Ich hab ja jetzt ein Ziel mehr als ihr, ne? Also... Wie kommt man denn da hinten... zu dem... zu dem Wasser und so? Nein, 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 nein. Ey, ich bin unten. Wie kann jemand sich denn zurücksetzen? Wie kommt man hier hin? Mit R. Äh, links ist doch ne Rampe noch. Ah, okay. Kann ich auch den Fahrstuhl machen? Ach so, ich hab's geschafft. Ich bin dem Wagen. Kann sein. Echt? Ja. Weiß ihn. Ich hab's gerade geschafft. Was war das hier für ein Kackboost? Verschlag mal hinten hin. Schlag hinten in die Ecke. Guck, links ist auch noch Blut. Ah. Ah, ja. Dann nimmst du den zweiten auch noch mit. Ich guck mal bei... was die. Ich bin drauf vorbei. Ach. Kannst du ja hier unten das Ding holen. Oder hast du den schon? Das hab ich schon. Kick mich jetzt bitte nicht runter. Oh, Junge. Oh, Mann. Ach, was? Ach, was? Du machst gerade das hier? Ja. Ja. Ja, da hoch zu kommen war, glaub ich, der schwierigste Schlag von allem, muss ich sagen. Es gibt so einen ganz kleinen Punkt hier, wo du liegen bleiben kannst. Und alles andere ist Kacke. Ach, come on, Junge. Nein. Ich hätte grad fast schlagen können. Ein bisschen witzig, ehrlich ist es. Seit wann hast du denn auch Herzchen? Als Linie. Schon länger. Warum? Das ist so ein Ding. Die letzten Runden schon. Du, Spaß. Da schreit der Niklas. Äh, der... Wie schreit der Hipster hin, Niklas? Warum glasst du denn meine Sachen, Alter? Wo gehen denn die Röhren hin? Die da oben sind. Das ist ja auch ein Ziel. Das Wasser-Ding. Ja. Weil ich sowas halte hin. Da wo Basti jetzt gerade ist. Da links ist der... Achso. Is a hole in the pipe. Wie kommen sie mit deinem an? Die... über die Rampe, die du mir gesagt hast. Ja, dann... den... dieses... die... die andere Röhre musst du reinschlagen. Da oben. Ja. Der is a hole in the pipe. Achst du... achst du hier unten ist noch was oder was? Was? Hä? Du verwirrst mich hart, Alter. Du verwirrst mich hart? Ich komm mal hier mit jetzt. Einfach. Okay. Ja, moin. Ich bin... Fuck. Ja, okay. Genau. Warte mal, warte mal, Niklas. Warte mal. Warte mal auf mich. Warte mal. Warte mal. Da oben rein, sagst du. Wo bist du? Ach, da. Ja, da oben rein. Ja, hier in die... in diese Röhre, Alter. Ja, genau. Ja. Sicher? Ja, Leon. Ich war da auch schon drin. Hä? Aber ich sehe hier kein Ziel. Ja, das ist... Das ist... Du musst erst mal ganz durch die Röhre durch. Am Wasserfall ist es dann. Alter, wie kommt man denn hier durch, Alter? Diese scheiße Ecke. Ach so, ach hier hoch dann, oder was? So. Ah, okay. Bist du blöd, oder was? Ja. Ach, komm schon. Zieh. Ach. Darfst du da liegen bleiben? Darfst du da sein? Darfst du da sein? Ja, darf ich. Ich hab Aufenthaltsberechtigung gehabt. Okay, ich weiß noch, wo zwei, drei Löcher sind. Ich weiß nicht, wo das vierte ist für mich. Hm. Also zwei... Das ist noch geradeaus. So, ich check nicht, wie man da hinkommt. Du Jagdbostel. Eins musst du... Keine Ahnung. Ich kann dir nicht helfen. Ich kann dir nicht mehr helfen. Niemand. Niemand kann dir helfen. Na, das ist direkt hinter dem Schild. Vom Spawner. Ja, ja, du musst... Ja, du musst nach rechts schlagen. Da kommst du doch rum. Oh, lol. Scheiße. Das fand ich... Voll viele Schlage verbraucht, Leon. Um da nicht rauszufallen. Schlage. Schläge. Ach. Alter, wie du jung dir bist. Junge. Das ist so schön. Das war ja voll nice. Krill und Schlaue, ja. Schlag einfach. Ganz fest. Vielleicht solltest du erstmal... Wait. Ich muss erstmal gucken, welches das Richtige ist. Hä? Das... Nicht das Linke. Das Rechte. Ist doch easy. Ja, ja. Es wird doch überhaupt keinen Sinne geben, wenn das nicht ist. Ich hab nicht nachgedacht, halt's Maul jetzt. Ich merke eine Grundaggressivität bei dir. Das stört mich. Hä? Was war das denn? Hä? Hä? In welches Loch bist du jetzt gegangen? Hä? Wo bin ich jetzt weggeschleudert worden? leute da hinten bei den rollen ist noch eins für mich also ich bin wieder hinnehmen also ich weiß nicht wie ich das jetzt beschreiben sollen sind so ein paar palmen ich glaube auch dasselbe wie basti ja machen wir ich lande immer zwischen den dingern was ist das für eine scheiße alter ich wurde gerade von irgendwem voll weggeschleudert oder von ihm was ich kann nicht putten ja okay dass das doch kann ich schon da war ich ja in beiden in beiden ja da sind zwei auf der insel aber ich sehe immer noch zwei ich habe doch eins der fünf schon gemacht oder in diesen hier sind drei auf der insel rechts links und das sind ja jetzt gucken mit vor dem herr war ich doch oder also wenn du das noch siehst dann warst du auch noch nicht ich sehe das doch ich bin da nicht ganz am anfang hingestanden ich bin im peitschen wunderschön ich resette mich habe ich auch moin dodo alle haben hä wie machst du das basti basti ist passerer zauber ra als moin dodo moin dodo es funktioniert voll gut mit dem moino jetzt habe ich noch ein loch und das weiß ich wo es ist und das weiß ich wo es ist basti hübschen an ich glaube ich glaube das das loch auf der insel kannst du auch nur schaffen wenn du in die richtige röhre kommst oder ja ja gott alter nicht wieder so ein scheißteil basti kommst du da noch weg oder ich warte ich glaube man hätte das taktisch schlauer angehen sollen guck du machst diese richtig schwierigen löcher die versuchst du zuerst und wenn du es wenn du es dann irgendwie keine ahnung mit 14 schlägen immer noch nicht geschafft hast dann machst du eins von diesen richtig einfachen stattdessen da bin ich also ja ich guck mir das grad an also wundervoll also wie lange hüpfst du denn da rum basti ja ziemlich lange anscheinend fällst du also ich würde mich bei einer minute mal zurücksetzen weil das ist glaube ich schlauer als wenn es halt einfach nur zu hüpfen wenn du ein loch nicht schaffst kannst du das dann dann kannst du es ja in der nächsten runde einfach weiter versuchen ja ist trotzdem doof ich meine ja nur okay basti das schaffst du boah bitte nicht jetzt schon wieder ja vielleicht fällst du auf die trampe ja aber da würde er hier runter wollen ist es denn jetzt wahr alter was machst du denn hier immer basti hör mal auf damit jetzt ich weiß gar nicht wie er beim Wasser liegen hat ich weiß nicht wo noch ein Tor ist man ein Tor ja noch was auch immer ach nö du hast noch 14 Sekunden willst du die ganze Zeit nur rumstehen ja was soll ich jetzt machen ja was soll ich jetzt machen nichts mehr so in den letzten 5 Sekunden was soll ich machen Bruder Bruder sag was soll ich machen jetzt okay ja du kannst dich immer wieder resetten ne vielleicht hätte ich das bei dem Wagen einfach machen sollen einfach resetten das war ein kompletter Schwachsinn ich hab so ein easy Loch noch am Ende hier hin zack und das war zu feste aber egal zack drin so jetzt kann ich euch schon zugucken ok ich glaube ich schaff das schwieriger auch schlaff du kannst also guck mal wenn du da geradeaus dann ist links der Weg und rechts ist diese wie siehst du die kleine Rümpfe ich geh für den Pro Weg ich hab ihn gar nicht gesehen als ich darüber geschlagen hab tatsächlich ich hab einfach zu schnell geschlagen was ist das mit dem Wasser vielleicht weil da das Ziel mal war oder so vielleicht hat das was damit zu tun alter hast du dich resetten müssen Leon ne aber ich war auch nicht da wo das Ziel vorher war ja ich war ein bisschen weiter hin what the fuck du würdest einfach wieder hochgelingst auch nicht in das Loch habst du das schon? ja haha uff ich hab ja alle anderen schon anscheinend ich find sonst keins mir wird sonst keins angezeigt aber du brauchst noch eins ja das ist ja nur noch das da drüben ja stimmt du hast einmal eins nicht geschafft ne ja deswegen musst du ein weiteres noch haben du brauchst eigentlich zwei achso hast du das mit dem Wagen in dem Eisdingen geschafft? ja hab ich echt? echt? ja crazy dupe glaub ich nicht ok glaub's nicht ist mir egal alter da call ich liege oh bitte bitte nicht jetzt schon wieder samm lag da einfach mal fester wie sette dich jetzt du hast nicht mehr so viel Zeit das ist das falsche Loch was die resettet ich vielleicht schaffst du es noch in einem ja hallo schade ach schade ach schade hä nein du hast das mit dem Wagen nicht geschafft wir haben dir doch zugeguckt wie du wieder hochgeschlagen hast ich hab das danach nochmal gemacht dann hast du zwei nicht geschafft dann fehlt dir etwas anderes dann fehlt dir sogar noch zwei ich hab das mit dem Wagen nicht geschafft ich hab das mit dem Wagen nicht geschafft zwei 17er das heißt zwei fehlen ihm achso oh ich dachte er hätte in der Runde davor das gerade auch nicht geschafft nein was hat er denn dann was hast du für ein Loch gemacht in der Runde da ich weiß es nicht ach stimmt der hat ganz am Ende noch irgendein Billo Ding gemacht glaube ich ne ja kann sein ja das war's auf jeden Fall war ne schöne Map aber rein bis zum nächsten Mal tschüss verdient gewonnen mhm